Und somit schon einen guten Tag und wunderschönen guten Abend auch hier an den Live-Zuseher zu unserem neuen Teil hier vom Trading-Crash-Kurs heute an diesem 13. März 2024. Zuvor, bevor wir mit allen anfangen, hier nochmal die Risiko-Entweise eingeblendet, die jetzt ganz deutlich zu sehen sind und natürlich auch die Offenlegung. Und wir sind inzwischen angelangt bei Episode 4. Wir haben letztes Mal ja gesprochen über Seitwärtsstrategien, also vom Handeln innerhalb von einer Range. Aber natürlich, wenn eine Range mal zu Ende geht, denn es kann ja nicht immer nur seitwärts gehen, irgendwann muss es wieder ausbrechen. Wir haben ja dann oft die Sache, dass wir oben und unten eine Markierung haben, eine Unterstützung unten, einen Widerstand oben. Und ewig kann natürlich in so einer Zone nicht drin bleiben und irgendwann muss er ausbrechen. Und wenn er dann ausbricht, dann kann es natürlich interessant werden, können neue Trends entstehen. Aber auf der anderen Seite kann es auch passieren, dass es einfach zu einem Fehlausbruch kommt und natürlich wieder in die andere Richtung geht. Und wir wollen uns heute aber nicht konzentrieren auf Umkehrformationen oder solche Geschichten, sondern erst dann wirklich ganz klassisch über das Ausbrechen auspreisspannen. Und da wollen wir nochmal ganz kurz schauen, wir wollen ja grundsätzlich eine Strategie hier für alle Marktphasen liefern. Wir haben jetzt schon mal so die ersten fünf Episoden ja ausgeschrieben. Erstmal hatten wir ja Trendkorrektur, Trendwende seitwärts und heute eben die Ausbrüche und die Fehlausbrüche. Beim nächsten Mal werden wir dann sprechen übrigens über die Gaps und über Newstrading und andere Besonderheiten, wo man auch gewisse strategische Bausteine nutzen kann. Und dann haben wir noch ein oder zwei weitere Episoden, die wir noch anhängen werden. Eine wurde ja bereits gewünscht, dass wir mal eine Frage- und Antwort-Session machen. Aber möglicherweise werden wir dann vielleicht auch noch eine spezielle Episode mit den ganz klassischen Umkehrmustern machen und so weiter. Aber ich habe das bewusst mal auf die lange Bank geschoben, weil ich auch der Meinung bin, gerade wenn es ums Ausbruchstrading geht heute, es geht ja im Prinzip auch darum, dass irgendwelche Linien brechen und Fehlausbrüche und Ausbrüche lassen sich zum Teil auch ganz gleich handeln. Also schauen wir mal einfach, wo uns das hinführt heute und beginnen jetzt erstmal und gehen nochmal ganz kurz zurück zu einer Folie, die wir auch beim letzten Mal schon hatten. Also der klassische Seitwärts-Trend, es ist einfach der Punkt, dass wir halt, wie wir jetzt am Anfang schon gesagt haben, wir haben eine Preisspanne. Das kann natürlich auch jetzt zum Beispiel ein Kanal sein und das kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Aber grundsätzlich eine Markierung gibt es oft, wo der Preis drin pendelt. Und solange wir in den Preis pendeln und diese Spanne auch groß genug ist, haben wir natürlich die Möglichkeit darin durchaus Geld zu verdienen. Dieses stabile Preis, von dem wir gesprochen haben. Irgendwann brechen wir aber aus und dann kann das zum Beispiel so aussehen. Ich habe jetzt mal hier zum Beispiel zwei Chartbeispiele genommen, um euch jetzt auch bewusst zu zeigen, es geht nicht immer nur beim Ausbruchstrading um Seitwärtsphasen an sich, sondern es können natürlich auch ganz andere Formationen sein, wie zum Beispiel das hier. Aber jetzt gehen wir mal diese zwei Charts hier durch, dass wir das mal sehen. Also hier beispielsweise haben wir jetzt auch eine Seitwärtsrange. Ich habe jetzt bewusst mal so ein Beispiel genommen, was jetzt nicht alltäglich ist. Vielleicht quasi hier haben wir das nochmal so als kleine Ergänzung. Wir haben ja auch gesagt, dass das heute so ein bisschen auch der zweite Teil vom Range Trading auch ein bisschen natürlich sein kann. Und hier sehen wir ganz klar, wir haben unten eigentlich eine ganz klare Support-Linie, die wir hier haben. Und wir haben oben eigentlich zwei. Einerseits so eine Art inoffizielle, wo man vielleicht hätte man noch ein bisschen weiter drunter ziehen können, aber vor allem oben, das war dann ein Fehlausbruch. Und dann war ein zweiter Fehlausbruch nochmal zur selben Stelle. Wenn sowas passiert, hat man eigentlich fast wieder eine andere Oberkante. Aber um die Oberkante geht es jetzt in diesem Beispiel nicht. Es geht hier um die Unterkante. Alles mögliche hätte man vielleicht in der Range hier traden können. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir ausgebrochen sind. Und wie wir sehen können, kaum sind wir ausgebrochen. Dann kann man davon ausgehen, dass der Markt möglicherweise jetzt Lust hätte, vielleicht tiefer zu gehen unter Umständen. Und das Erste, was wir natürlich brauchen dabei, ist immer erstmal ein Candle-Close drunter. Weil das ist vielleicht so der erste Punkt beim Ausbruchstrading. Wenn man jetzt, oder wenn ihr jetzt grundsätzlich mal so denkt, ihr baut doch jetzt irgendeine Form von Ausbruchstrategie. Viele Trader haben oft so die Überlegung, ja dann mache ich einfach eine Sell-Stop-Order. Also in diesem Fall jetzt vom Ausbruch nach unten. Oder eine Buy-Stop-Order nach oben. Also ihr wisst ja, diese Benning-Orders, wo man nicht reingeht. Also wenn er jetzt zum Beispiel gegenläuft. Also nochmal die kurze Erklärung, was ist jetzt der Unterschied zwischen den Stop- und Limit-Bending-Orders. Also jetzt im Falle eines Sells wäre es so, wenn ich jetzt angenommen hier unten bin und ich würde ein Sell-Limit hier hinsetzen. Also beim Readest, wenn er hochkommt, hier nochmal shortet. Also zum Zeitpunkt des Setzen des Trades, also der Order genau gesagt, sind wir bereits unterhalb des Preises, wo wir rein wollen. Also mache ich einen Sell-Limit. Er muss erstmal hochkommen, um dann zu shorten, um runter zu gehen. Und ein Sell-Stop wäre halt zum Beispiel, wenn ich einfach die Order knapp unter die Linie setze. Und wenn er diese Linie unterschreitet, geht er automatisch in den Sell. Also mit anderen Worten ausgerückt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Order an dieselbe Stelle setze, ist der Preis noch drüber, läuft weiter nach unten, löst das auf und sollte dann weiter nach unten laufen. Und ich würde grundsätzlich empfehlen, ihr müsst das natürlich selber für euch entscheiden, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht. Und das ist nicht nur Erfahrung bei mir selber beim Trading, sondern auch, wenn ich mit allen möglichen Trainern gesprochen habe, oft auch mal mit Trader ihre Performances gezeigt haben, ihre Trades gezeigt haben. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass diese ganzen Sell-Stop und Buy-Stop-Trades, Spending-Order-Trades, so dieser erste Gedanke, den man hat, machen wir mal eben einen Buy-Stop drüber, einen Sell-Stop drunter. Es führt meistens dazu, jetzt stellt man sich mal vor, man hätte es hier gemacht, man hat hier diesen Support gesehen, denkt sich, ja gut, einen Bib unter diese Linie machen wir den Sell-Stop. Was passiert? Man wird hier ausgelöst mit diesem kleinen Docht hier und dann geht man short und er kommt einfach wieder hoch, man wird ausgestoppt. Und eigentlich ist er gar nicht ausgebrochen, man ist aber short gegangen. Also das ist meistens nicht die richtige Variante. Viel sinnvoller und viel besser ist es, wenn man erstmal wirklich auf den Candle-Close wartet. Also dass eine Kerze wirklich unterhalb dieser Markierung schließt. Also nicht einfach nur drunter kommt, sondern drunter schließt. Denn das ist definitiv auch der Punkt, jetzt müsst ihr das auch mal so psychologisch vorstellen, so im Nachhinein kann man das ja immer sehr leicht sagen. Aber jetzt stellt euch mal vor, als diese Kerze hier beispielsweise, als dieser Docht hier, diese Linie hier wirklich eine gefüllte rote Kerze war. Also wirklich, wo der Kerzenkörper bis hier runtergereicht ist, also gerade diesen tiefsten Punkt hatten, da hatten wir zuvor eine massive Abfallbewegung mit sehr vielen roten Kerzen, die nach unten rücken, plötzlich geht er nach unten, macht ein neues Tief, pip für pip für pip für pip, geht er drunter. Und in diesem Moment denkt man natürlich, wow, der fällt jetzt, da muss ich jetzt unbedingt rein und dann geht man vielleicht auch rein. Auch wenn es jetzt kein Cell-Stop war, vielleicht geht man einfach so rein, wenn man es einfach sieht und denkt, ja, das bricht jetzt, jetzt bricht es zusammen, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es zu Ende. Und dann drückt man in den Short, aber am Ende der Kerze sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Es gibt ja dieses Sprichwort so im Alltag, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und das muss man grundsätzlich auch vor Kerzen sagen, bei Tageskerzen wird das mit dem Tag und Abend passen. Aber es trifft auch auf Stundenkerzen, M15-Kerzen, H4-Kerzen zu. Also man soll die Kerze nicht vorm Candle-Close loben, sozusagen. Weil es ist oft so, oft sieht es so extrem negativ aus, gerade wenn man dann vielleicht noch den Timeframe wechselt und nochmal etwas kürzer das Ganze ansetzt und plötzlich, wenn die Kerze schließt, was vielleicht auch wenige Minuten nur später ist, ist man schon wieder drinnen, realisiert und eigentlich ist es ja gar nicht ausgebrochen. Nächste Kerze ist schon wieder grün und es läuft in die andere Richtung. Und das hilft mir auch nichts, wenn er dann gefühlt eine Ewigkeit später bricht. Weil ich denke mal, jeder hätte hier entweder kalte Füße bekommen und wenn nicht, dann wäre man eh längst ausgestoppt worden. Wichtig ist, dass der Candle-Close passiert. Und dann ist immer die nächste Frage und die nächste Überlegung, die man jetzt auch bei seiner Strategie dann immer reinsetzen muss, wann, welcher Timeframe? H1-Close? H4-Close? Soll man lieber auf den Tagesschlusskurs warten? Das sind auch Fragen, die oft kommen. Und meine Antwort ist eigentlich immer dieselbe. Und das ist einfach die, das haben wir auch jetzt öfteren schon gesagt, das war auch bei den Triple EMAs und so weiter. Schaut immer, in welchem Timeframe könnt ihr das am besten darstellen. In welchem Timeframe sieht diese Range am besten aus? Natürlich, es wird schon, ich kann das vielleicht auch in dieser Range auch vielleicht im Timeframe kürzer darstellen. Dann sehe ich aber vielleicht die Range gar nicht mehr. Aber ich könnte auch vielleicht das Ganze in einem wesentlich schnelleren Timeframe darstellen. Wenn das jetzt zum Beispiel H4 wäre, könnte ich diese Range vielleicht auch im M15 sehen. Aber um dann die Range zu sehen, müsste ich halt einen Zoom-Faktor wählen, wo die Kerzen so klein sind, dass ich sie nicht mehr sehe. Also wichtig ist immer, schau euch diese Formation an. Schaut, in welchem Timeframe könnt ihr das am schönsten einzeichnen. Wo wirkt es einfach am besten von der Darstellung her bei einem normalen Zoom-Faktor. Und das ist der Timeframe, den ihr dann nimmt. Und da zählt dann auch der Candle-Close. Da braucht ihr jetzt nicht irgendwie selber oft das Selbstvertrauen, was man erstmal haben muss, weil man denkt, ja gut, ich bin jetzt irgendein so ein Anfänger, ich habe keine Ahnung. Und ich sage jetzt, dass der H4 der Beste ist. Also warum soll es das so sein? Vielleicht irgendein Trading-Profi sieht das anders. Aber der Trading-Profi sieht es auch nicht anders, weil der Trading-Profi, der sieht die Formation. Und dann tradet er sie. Und wenn der Trading-Profi die Formation nicht sieht, dann wird er sie auch nicht traden. Und das heißt einfach, wenn das jetzt ein H4-Chart wäre, und er würde das jetzt im Monats-Chart darstellen oder im Wochen-Chart darstellen, dann sind das vielleicht zwei Kerzen, drei Kerzen, Monats-Chart vielleicht nur eine Kerze. Da sehe ich die Range gar nicht. Und im kleineren Timeframe geht es so lange, dass man die Formation vielleicht auch nicht mehr erkennen kann. Und dann könnt ihr auch darauf vertrauen, dass auch ein erfahrenerer Trader ganz bestimmt auch nicht in den anderen Timeframes unterwegs ist. Also da, wo man es am besten sieht, dort gilt es. Und dann kommt der Ausbruch, dann kommt der Klos drunter, dann haben wir das Signal. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass er fällt, aber zumindest hat er jetzt die Chance. Und ab da wäre dann die Option, short zu gehen. Jetzt ist das Schöne, wir haben ja bei technischer Analyse, wir haben ja diese klassischen Geschichten mit Support und Resistance, also Unterstützung und Widerstand. Und es gilt bei Unterstützung und Widerstand immer das Prinzip des Role-Reversals. Also aus einem Support, aus einer Unterstützung wird ein Widerstand und aus einem Widerstand wird eine Unterstützung. Also unmittelbar nach dem Durchbruch. Also in diesem Fall, wie gesagt, als wir noch hier oben waren, war das eine Unterstützung, diese blaue Linie. Als wir durchgekommen sind, also hier unten den Candle-Klos hatten, wird diese Unterstützung automatisch zum Widerstand. Sehr oft kommt er dann wieder hoch beispielsweise und testet das. Das kann ich jetzt auf zwei Weisen nutzen oder sollte ich ja auf zwei Weisen nutzen. Erstens mal, ich kann das dazu nutzen, um den Einstieg vielleicht nochmal abzuwarten, dass er nochmal zurückläuft. Das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fall sein in diesem Fall hier, weil wenn ich jetzt hier so knapp den Klos drunter habe und ich könnte gleich reingehen, wäre jetzt nicht das Problem, ob ich jetzt hier ein paar Pips höher oder tiefer reingehe. Aber oft sind diese Durchbruchskerzen ja wesentlich länger. Da kann es mal sein, dass ich hier unten irgendwo die Schlusskerze habe. Und dann, auf der anderen Seite, das ist ja der zweite Punkt, wo ich es nutze, ich kann es ja auch als Buffer für den Stop nutzen. Also wenn ich jetzt hier einen Widerstand habe, der Support wird jetzt einen Widerstand, ist dieser Widerstand ja automatisch auch eine Barriere, ein Hindernis für den Kurs. Das bedeutet, wenn ich den Stop dann oberhalb dieses Widerstandes habe, der gerade noch ein Support, weil der gerade noch gebrochen ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, wenn er das wirklich testet, dass er vielleicht auch gerade daran widerscheidet und somit meinen Stop in irgendeiner Form beschützt. Weil ich sollte ja nach Möglichkeit zwischen meinem Einstieg, also zwischen dem aktuellen Kurs und dem Stop-Loss irgendwo noch was haben, was ihn anhält. Und natürlich so ein frisch gebrochener Support ist immer schön, wenn es dann auch noch ein Widerstand ist, weil ich meinen Stop dahinter verstecken kann. Das ist genau der Punkt jetzt. Wenn ich jetzt hier den Close habe, das ist jetzt in diesem Beispiel sehr eng, jetzt habe ich hier den Close und dann könnte ich sagen, gut, das letzte unmittelbare Hoch vor dem Close war zum Beispiel hier oben, dann könnte ich den Stop beispielsweise hier oben drüber setzen. Und dadurch, dass das vielleicht nur ein paar Pips waren, ist es vom CAV in Ordnung. Hier wären es vielleicht 30 Pips und da unten sind es dann 37 Pips, das ist noch in Ordnung. Aber wäre jetzt zum Beispiel diese Ausbrustkerze irgendwo hier unten und plötzlich hätte ich hier 130 Pips nach oben, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, naja, vielleicht ist es nicht so gut, weil wenn ich dann die Projektion dieser Range zum Beispiel so als Kursziel nehme, zur Projektion kommen wir dann auch, dann sind vielleicht nur noch 40 Pips übrig zum Kursziel und ich kann nicht 130 Pips riskieren, wenn auf der anderen Seite ich nur noch 40 bis zum Kursziel beziehungsweise bis zur ersten Gefahrenzone, wo wir da vielleicht das nach oben gehen könnte, habe. Also in diesem Fall, wenn es zu tief kommt, ist natürlich ein Redis besser. Ich kann aber natürlich auch, wenn ich einfach sage, ich muss jetzt nicht jeden Trade haben, D-Trades, die ich mache, die sollen einen möglichst guten Einstieg haben, dann kann ich natürlich auch oft sagen, die Reaktion auf so einen Close ist nicht ein sofortiger Short, sondern die Reaktion auf diesen Close ist nichts anderes, als einfach einen Sell-Limit auf den Rücksetzer zu setzen. Das heißt auf diese Linie, die gerade eben gebrochen worden ist, auf die Rückseite. Mit dem selben Stopp hier oben, mit diversen Kurszielen, zu denen wir noch kommen, aber in sehr vielen Fällen passiert es dann so, dass wir oft einmal, oft zweimal, manchmal auch dreimal noch diese Linie testen und oft noch wesentlich bessere Einstiege unmittelbar danach bekommen. Das kann auch ein psychologischer Vorteil sein, weil ich finde auch, dass bei vielen Traders sich einfach leichter tun, wenn Einstiege auch wirklich mittels Bending Order gemacht werden. Also nicht einfach jetzt auf den Knopf drücken Short und dann ist man sofort drin, sondern einfach zu sagen, die Reaktion ist einfach nur das Setzen einer Bending Order. Fällt er gleich wie ein Stein runter, habe ich es halt versäumt, naja, macht er nichts. Aber wenn ich reinkomme, also wenn er nochmal hochkommt, dann komme ich rein und wenn ich reinkomme, dann komme ich wenigstens zum bestmöglichen Preis, also direkt am Retest rein. Ich werde natürlich dann vielleicht ein paar Trades versäumen, die, was ich aber kriege, kriege ich wenigstens zum besten Kursziel, also wirklich am Test. Das sind dann zwei Vorteile. Vorteil eins ist, je besser der Einstieg ist, umso schneller kann ich den Stopp auch auf Preheben ziehen, also umso schneller kann ich das Risiko auch minimieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, je besser ich reinkomme, umso größer kann auch die Positionsgröße sein. Das heißt, wenn der Trade dann schief gehen sollte, habe ich ja trotzdem immer noch das gleiche Risiko im Prozent meines Kontos, wenn ich jetzt eine fixe Prozentzahl nehme. Aber wenn es gut geht, habe ich natürlich eine weitere Distanz, weil ich halt da ein paar extra Pips noch habe, weil ich halt statt hier unten schon hier oben, erst hier oben rein bin. Erstmal habe ich eine längere Distanz, ein paar Pips mehr, die er einfach mitnehmen kann. Und das allerdings auch noch mit einer größeren Positionsgröße. Also insgesamt würde der Trade dann, wenn er ins Ziel läuft, wesentlich mehr Rendite erwirtschaften. Und dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn wir vielleicht auch mal einen oder anderen Trade nicht kriegen, weil dann kriegen wir halt einen nicht. Aber dafür haben wir dann bei allen anderen, die wir kriegen, die schief laufen, kein größeres Risiko, aber die paar, wenn es vielleicht nur 40 Prozent sind, die dann am Ende gut gehen, die haben dann alle eine vielleicht Positionsgröße, die um ein Viertel, um ein Drittel größer ist und sannen dann mehr ab und dann stört mich das auch nicht, wenn ich hin und wieder mal einen Trade versäume. Von der ganzen psychologischen Seite, dass ich einfach den möglichst besten Einstieg kriege und den Trade einfach leichter managen kann, mal ganz abgesehen. Aber wie wir sehen können, es sind nicht nur solche Seitwärtsranges. Wir können auch zum Beispiel EMAs nutzen, also Ausbrüche auf alle Arten. Alles, was in irgendeiner Form Widerstand bietet, ob das jetzt eine Trendlinie ist, ob das jetzt ein EMA ist, ob das jetzt ein Pivotpoint ist oder ein irgendwas anderes ist, was ihr halt so als Support und Widerstand nutzt. Also hier ein Beispiel jetzt zum Beispiel dieser 50er EMA. Ihr seht ja ganz klar, wie das ist. Der kommt hier hoch, dann war er kurz drüber und er hat nicht drüber geschlossen. Dann nächster Versuch. Gut, das war vielleicht knapp, aber das kann man nicht wirklich als Ausbruch werten. Dann hat er die Kerze hier sogar oberhalb des 50ers geöffnet, war auch kurz drüber, drunter geschlossen, dann sah es wieder gut aus, inklusive 9 hoch, aber wieder nicht drüber geschlossen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, als die Kerze ganz grün war und hier oben, hätte man ja auch wieder sagen können, das jetzt bricht es aus, das hat ein neues hochgemacht. Jetzt sieht es richtig bullisch aus, er drückt richtig hoch. Aber wenn man hier wieder nicht auf den Candleclose wartet, am Ende der Kerze ist man schon wieder hier. Eigentlich gar kein Signal und dann folgt natürlich sofort wieder die rote Kerze. Also Gott sei Dank hier auf den Candleclose gewartet und nicht langgegangen. Gut, dann fällt es auf neue Tiefs, das ist dann eine andere Geschichte. Und dann kommt er wieder hoch und dann kommt er wieder dran und jetzt hat er es gar nicht so richtig berührt. Wieder kein Ausbruch, wieder hat er Widerstand gehalten, somit auch wieder kein Longtrade. Und dann geht er wieder ein Stückchen zurück, Gott sei Dank nicht langgegangen. Und dann kommen wir ein paar Kerzen später wieder dran. Und hier wieder gleiches Spiel, einmal berührt, einmal berührt, einmal drüber. Da hätte man dann vielleicht auch, als die Kerze offen war, wenn die Kerze sieht, würde man nie auf die Idee kommen, da long zu gehen. Aber als die mal grün war, die war mal wirklich schön grün und hat neue Hochs gemacht, hat sogar das Hoch von hier etwas überboten. Dann hätte man vielleicht auch wieder auf die Idee kommen können, reinzugehen. Aber es hätte sich nicht gelohnt, weil dann waren wir schon wieder drunter. Wie es dann weiter geht, sehen wir jetzt hier nicht mehr. Aber ihr seht, in diesem Fall, da schaut man sich diesen EMA ewig lang an, plant vielleicht den Ausbruch long zu traden, wenn er gebrochen wird. Aber trotz dieser Menge an Kerzen und trotz dieser langen Zeiteinheiten, stellt euch mal vor, das sind Tageskerzen, das geht über einen Monat dann, geht man einfach nicht rein. Und das ist genau der Punkt. Und das ist genau das, was so viele langweilen und was viele vielleicht auch jetzt nicht hören wollen. Aber ihr müsst halt einfach euch beim Trading zurückhalten. Es hilft euch nichts, wenn ihr ständig Trades macht, die am Ende schief gehen. Ihr müsst nicht jeden Trade machen, er sollt nicht jeden Trade machen, er sollt nur die Trades machen, die gut gehen. Natürlich, das können wir uns ja nicht aussuchen, aber zumindest, was wir tun können, ist, wir können uns die Trades aussuchen, wo die Chance zumindest da ist. Und in so einem Fall, da mache ich einfach nichts. Da schaue ich zu, da schaue ich zu, da schaue ich zu. Ich kriege kein Signal, ich habe keinen Auftrag erhalten. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe jetzt irgendeine Firma, ich habe eine Druckerei und ihr müsst jetzt was drucken. Dann könnt ihr auch nicht einfach jetzt irgendwas losdrucken. Dann müsst ihr auch erstmal ein Kunde reinkommen und euch den Auftrag erteilen und sagen, druck mir das. Und dann druckt ihr. Oder der Bäcker, da kommt dann jemand rein und sagt so, pack mir 20 Brote. Wenn die nicht bestellt sind, dann werde ich sie nicht verkaufen, sind sie am nächsten Tag hart. Also ich muss ja auch als normaler Geschäftsmann oder als normale Geschäftsfrau immer darauf warten, dass ich erst den Auftrag halte, um dann erst aktiv zu werden. Weil wenn ich das nicht mache, dann könnte ich eventuell was produzieren, was ich am Ende nicht verkaufe. Und dann macht mein Unternehmen ja möglicherweise Verlust. Vielleicht habe ich Glück und dann kauft wer anders die Brote oder wer anders die Drucksorten. Aber in sehr vielen Fällen ist es nicht der Fall. Und deswegen auch hier so, ich kriege erst den Auftrag zu kaufen, den Auftrag geschäftlich aktiv zu werden, wenn ich den Kloß und wenn ich somit das Signal habe. Und das ist in diesem Fall der wichtige Punkt. Also es ist jetzt hier nicht eine, wir haben ja auch gesagt schon, zum Anfang auch schon bei den ersten Episoden, wir wollen hier nicht zwingend einfach sagen, das ist eine Strategie, mach das so. Sondern wir wollen so ein bisschen das Strategische besprechen, im Sinne auch davon einfach zu sagen, was müsst ihr machen oder was könnt ihr machen, was solltet ihr vielleicht auch machen, wenn ihr einfach für euch selbst Strategien baut. Also was sind so die grundsätzlichen Bausteine und jede Form von Ausbruch, egal ob das Seitwärtsausbrüche sind, ob das Umkehrmuster sind, ob das Trendausbrüche sind, oder irgendetwas anderes, die Empfehlung meinerseits hier, was jetzt nicht natürlich in Stein gemeißelt ist, aber meine beste Erfahrung nach meiner Sicht ist definitiv, wartet wirklich immer auf den Ausbruch des Timeframes, der interessant ist. Natürlich in dem Fall bei einem EMA ist es leicht, wenn das jetzt der D1 ist, klar und ich will den Ausbruch des D1 50er EMAs handeln, dann ist der Timeframe eh klar, der D1. Wenn es der H4 wäre, dann wäre es der H4. Aber grundsätzlich immer auf den Kerzenkloß warten. Schauen wir weiter und wir haben das auch beim letzten Mal schon angekündigt, es ist mit den Bollinger Bands nämlich ein ganz interessanter Punkt. Die Bollinger Bands sind ein sehr interessantes Dual, teilweise in Trends auch. Also wenn man Trends haben, haben wir ja dieses Phänomen, wir sehen es hier zum Beispiel, wenn so ein Abwärtstrend kommt, das nennt man den Trend, also den Bändern entlanglaufen, das wirklich so eine Kerze nach der anderen läuft und gleichzeitig läuft das Gegenband nach oben, dadurch werden auch Trends signalisiert. Aber auch in Seitwärtsphasen, wie jetzt hier in diesem Beispiel zum Beispiel, da haben wir auch oft wirklich das Phänomen, dass wir in Seitwärtsphasen auch tatsächlich die Bänder seitwärts laufen haben. Also dieser Bollinger Schlauch, der sich so mit dem Trend mitzieht, sobald der Trend dann zu Ende geht, das ist dann meistens so, Trend ist zu Ende, Bollinger Bands fangen wieder an zu knicken, kommen ein bisschen gegen, dann sehen wir hier dieser Fehlausbruch, wo man vielleicht noch hätte denken können, das ist eine Trendfortsetzung. Da gab es wieder keinen Kloß und er hat auch die Bollinger Bands flach gehabt und hat einfach nur eine Nadel drüber gesetzt. Sieht man sofort jetzt, zumindest im Nachhinein ganz schön, da war einfach nicht die Bewegung für den Trend da. Es ging dann nach unten, hat sich so das Band sogar in die andere Richtung eröffnet und kurz war mal vielleicht abwärts Trend, der aber dann sofort wieder in die Seitwärtsphase verfallen ist, was man auch wieder sieht, dass das Band hier sich wieder etwas krümmt und nach unten kommt und gleichzeitig auch die Kurse jetzt in das Band reinlaufen, die Zeit, was zeitgleich dann langsam, aber sicher auch irgendwann in die Seitwärtsphase verfällt. Wenn ich dann so manuell beispielsweise einen unteren und eine obere Linie zeichnen würde, das habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, aber es stellt euch das mal so geistig vor. Jetzt habe ich hier so ein blaues Rechteck, was ich immer nehme und hier unten habe ich so ein blaues Rechteck. Das hätte ich schon vorher einzeichnen können. Oft ziehen wir noch so ein bisschen davon weg, aber wenn die Phase so langsam reift, irgendwann ist da, wo der Widerstandsbereich auch optisch einzuzeichnen ist, zum selben Zeitpunkt haben wir dann auch hier dann die Bänder, die in etwa in der selben Zone laufen. Und das ist für mich auch meistens so das Zeichen, dass dieser Seitwärtstrend jetzt bereit ist, um auszubrechen. Wenn es nämlich noch zu früh ist, also die Bänder noch viel zu weit auseinander sind, wie zum Beispiel jetzt hier noch in dieser Phase, dann sind oft so Ausbrüche sowieso schwierig. Und da sieht man auch hier, da ging er raus, hat nicht wirklich draußen geschlossen, hat es zwar geöffnet, aber die Oberseite hat nicht so richtig mitgespielt, dann ging es wieder in die andere Richtung. Hier wurde das Band nicht mal berührt und das war auch nicht seitwärts. Interessant wurde es in diesem Fall ab hier, wo wirklich dieser Seitwärtsschlauch dann aktiv war. Da sind wir nicht dran gekommen ans Band, da sind wir nicht dran gekommen ans Band, auch wohl nicht an die Linie, aber angenommen die Linie wäre ein bisschen tiefer gewesen. Wenn das Band nicht mal berührt wird, dann brauche ich auch gar nicht großartig mehr Gedanken machen über den Ausbruch. Und wenn dann plötzlich der Ausbruch kommt wie hier, wo vielleicht so im ersten Moment man dachte, ja das könnte vielleicht ein Ausbruch sein, die Bollinger Bands haben hier nicht richtig mitgespielt. Dann gab es ein Doch drüber, wie man sieht und er hat nicht den Ausbruch gemacht, ging sofort wieder runter. Selbige Geschichte hier, da habe ich jetzt gerade kein rechter Kinkgezeichen, sieht man auch. Da ist er unten auch kurz rausgekommen, konnte nicht drunter schließen. Das Band auf der Gegenseite, in diesem Fall jetzt oben, blieb wieder nach rechts gerichtet. Drei Uhr Winkel ist auch nicht so der Punkt. Und als er dann hier ausgebrochen ist mit dieser Kerze, plötzlich gehen diese Bollinger Bands auf. In diesem Fall gab es keinen Retest übrigens, aber trotzdem, wir sehen, kaum gehen die Bollinger Bands auf, fängt der Markt an auch sich zu bewegen und der Trend an sich zu bewegen. Warum ist das so? Ganz einfach, weil Bollinger Bands auch in erster Linie dazu da sind, um Volatilität zu messen. Und wenn ich natürlich wo durchbreche, brauche ich Volatilität. Weil Volatilität ist ja im Prinzip nichts anderes als Schwung. Gut, Volatilität, Schwung ist nicht dasselbe Wort. Sonst gäbe es nicht zwei unterschiedliche Worte. Aber trotzdem, ihr müsst euch einfach so vorstellen, ein Support zum Beispiel, wie jetzt in diesem Fall, ist natürlich in einer gewissen Form eine Art von Wand. Und wenn ich durch eine Wand durch möchte, dann kann ich da nicht einfach so drauf, so drauf tappen und hoffen, dass die Wand durchbricht. Also wenn ich durch eine Wand durch will, da brauche ich natürlich einen ordentlichen Wumms. Also da brauche ich Volatilität. Nur dann kann ich auch das wirklich brechen. Und wenn diese Volatilität signalisiert wird durch die sich öffnenden Bollinger Bands, inklusive Ausbruch, dann habe ich auch eine wesentlich größere Chance, dass es ein Trend auch wirklich die Geschwindigkeit und den Schwung aufnimmt, um am Ende auch gut zu gehen. Schau mal ganz kurz hier, da habe ich eine Frage vom Schelko. Er schreibt hier, stellt das mittlere Band eine EMA-SMA dar und wie ist das zu interpretieren? Ja, also das mittlere Band, das muss ich ganz ehrlich gestehen, ich verwende es im Prinzip fast gar nicht. Also ich habe bei den meisten Handelsplattformen kann man es leider nicht ausblenden. Wenn man es ausblenden könnte, würde ich es ausblenden. Das mittlere Band ist in der Regel der SMA, das hängt von den Einstellungen jetzt der Bollinger Bands ab. Die Standardseinstellungen sind meistens 20. Das ist also nichts anderes als ein 20er Moving Average. Kann man jetzt eventuell, natürlich haben wir es ja schon öfter gehabt, so in diversen Trendstrategien und so weiter, man kann das unter Umständen auch berücksichtigen, aber nicht jetzt in solchen Strategien. Also das ist eigentlich eher so etwas, was ich dazu nutze, um andere Strategien zu machen. Wenn ich 20er EMAs oder andere EMAs oder SMAs benutze, dann blende ich die extra ein. Ich muss wirklich ganz ehrlich gestehen, dass ich das eigentlich jetzt fast bei keiner Strategie, wo Bollinger Bands involviert sind, wirklich nutze. Für mich interessieren in der Regel immer die oberen und die unteren Punkte. Es ist aber so natürlich, gerade wenn es um solche Trendausbrüche geht, da gibt es so Strategien natürlich, wo man sagt, er bricht jetzt aus und dann läuft er die Bänder entlang und könnte man das zum Beispiel nutzen, um den Stopp nachzuziehen. Aber jetzt, wenn es um diese Ausbrüche geht, ist es eher nicht zu entscheiden, was das macht. Also ich muss da auch wirklich sagen, ich ignoriere es meistens. Aber natürlich trotzdem, wenn er Strategien bastelt und Bollinger Bands involviert in die Strategie, egal welche das ist, egal ob das eine Ausbruchstrategie, eine Trendstrategie oder sonst was ist, schaut euch ruhig mal das Bollinger Band an, bevor ihr irgendwas anderes noch an Indikatoren einblendet. Vielleicht könnt ihr das ja in irgendeiner Form für diese Strategie verwenden. Aber im Prinzip ist nichts anderes als ein Moving Average, weil auch die Bollinger Bands auf Moving Average basieren. Ganz kurz ein paar Zeilen hier zum Mitschreiben, damit diejenigen, die gerne mitschreiben, auch was zum Lesen haben hier. Also nochmal, um auch vollständig zu sein, also solange die Bollinger Bands nicht in etwa den Ober- oder Unterkanten der Range entsprechen, sind Ausbrüche oft gefährlich zu handeln. Also das heißt, nochmal zusammengefasst, so ab hier wird überhaupt erst der Ausbruch interessant. Also ich kann Bollinger Bands für zwei Punkte nutzen. Einerseits, um zu sehen, ob eine Range überhaupt reif für den Ausbruch ist. Das heißt, sobald das sich in etwa an diese ungefähr, ungefähr, also in etwa ungefähr das selbe Wort, an die bereits händisch einzuzeichnenden Seitwärtsmarkierungen anschmiegt, ab dann ist sie für mich erst reif auszubrechen. Wenn das Ganze davor ausbrechen würde, also hier oder hier unten, das kann natürlich trotzdem funktionieren, wenn der Markt mal richtiges Eilig hat, aber in sehr vielen Fällen sind diese Ausbrüche dann eher schwierig zu handeln, voreilig oft meistens und oft gefährlich und ich verzichte in der Regel auch darauf. Also für mich wird eine Seitwärtsrange auch dann erst wirklich interessant, zum Teil auch fürs Trading innerhalb der Range, übrigens auch nicht nur jetzt bei den Ausbrüchen, wenn wir wirklich auch das hier, wie diesen Seitwärtsschlauch sehen und definitiv auch angezeigt wird, aktuell ist es kein Trend, aktuell ist es ein Seitwärtstrend, aktuell ist die Volatilität gering, weil geringe Volatilität heißt ja auch, dass die Seitwärtsrange erstmal funktioniert und dann konzentriert sich ja oder ja, kann man können so sagen, konzentriert sich ja diese ganze Energie hier an dieser Stelle und die staut sich dann zusammen und wenn es dann ausbricht, dann platzt dieser Knoten und dann kommt diese Volatilität, die wir ja brauchen, damit dann möglicherweise neue Bewegen entstehen. Bleiben die Bänder flach, sind es oft keine richtigen Ausbrüche, häufig Fehlausbrüche. Das war mit diesem Beispiel gemeint, also wenn es ausbricht oder mal drüber kommt, aber sie bleiben trotzdem irgendwie flach, vor allem sollte man immer auf die Unterseite, auf die Gegenseite schauen. Wenn das der Fall sein sollte, aufpassen, das könnte ein Fehlausbruch sein. Man kann nicht jeden Fehlausbruch rausfiltern, jetzt mit Hilfe von den Bodeninschabents, aber Erfahrungstheime sehr viele. Es ist jetzt aber schwer, das jetzt im Rahmen eines Webinars zu zeigen. Könnt da jetzt natürlich tausend Beispiele zeigen. Ich würde euch aber empfehlen, wenn euch für dieses Thema interessiert und einfach so ein bisschen wissen wollt, Ausbrüche, so habt Ausbruchstrategien oder handelt öfter Ausbrüche und ihr wollt vielleicht irgendeinen Filter in eure Strategie einbauen, die euch da vielleicht ein paar Fehltrades unter Umständen vermeiden könntet, dann würde ich euch empfehlen, schaut das einfach mal in der nächsten Zeit an. Selbst wenn ihr das Bodeninschabent jetzt erstmal in eurer Strategie gar nicht verwendet, blendet es einfach mal ein, macht es einfach in einem ganz geringen Kontrast zum Hintergrund, also wirklich, wenn das ein hellgrauer Hintergrund ist, macht es halt ein bisschen dunkler, aber trotzdem immer noch hellgrau, gerade, dass man es halt sieht und beobachtet einfach mal so bei Ausbrüchen, wie sich die Bollinger Band verhalten haben oder geht einfach mal an einem Wochenende beispielsweise, einfach mal so ein bisschen die Charts durch, schaut euch ein paar so vielleicht auch vergangene Trades von euch, Fehltrades, die ihr bei Ausbrüchen oder bei Range Trades hattet, einfach an, schaut euch, wie das mit den Bollinger Bands gewesen wäre, ob euch die hätten helfen können und ihr werdet sehen, das kann ein ganz interessantes und auch ganz einfaches Tool werden. Nehmen grundsätzlich bei den Bollinger Bands immer die Standardeinstellungen, weil die haben auch die meisten Leute und ich nehme auch deswegen gerne die Bollinger Bands, weil sie so normal sind und so klassisch sind und so üblich sind, dass sie auch wirklich in jeder Handelsplattform drin sind und man auch nicht irgendwie kaufen will, dass vielleicht jetzt kaufen muss sie sich extra. Also da nochmal ganz wichtig der Hinweis auch, schaut oder passt auf, wenn euch irgendjemand einen Indikator verkaufen muss. Das soll jetzt nicht heißen, dass es da draußen nicht Indikatoren gibt, die man kaufen kann, die gut sind. Also es gibt genug Indikatoren natürlich, die man kaufen kann, die vielleicht auch mal ein stolzes Sümmchen kosten können und die müssen nicht automatisch schlecht sein. Aber in erster Linie die richtig guten Indikatoren, das sind die ganz normalen Klassiker, die es überall gibt, die in jeder Handelsplattform gratis drin sind und sehr oft sind Indikatoren, die man sich kauft, einfach auch nur Indikatoren, die auf dem aufgebaut sind oder wo einfach ein Indikator genommen wird, den es schon gibt, der wird ein bisschen anders eingefärbt und dann kriegt er eben so einen Fancy Name und dann wird er halt, wird halt ein 99 Dollar Preisschild drauf gebickt, aber ansonsten ist es immer noch das Gleiche. Also mit diesen einfachsten Dingen kommt er meistens noch am weitesten, weil das Geld, was ihr vielleicht für irgend sowas ausgibt, das könnt ihr auch genauso lieber, da kauft ihr euch ein Trading Buch oder macht einfach euer Trading Konto größer und tradet lieber damit, anstatt dass ihr das irgendwie für was ausgibt, was ihr nicht braucht. Die meisten, interessantesten Tools, die gibt es sowieso und eins ist auch sicher, der große Hedge vom Manager, der wird auch nicht auf irgendeine komische Webseite gehen und sich da irgendeinen Indikator kaufen. Also das heißt, daran handelt ja im Prinzip keiner, der wirklich sich damit auskennt. Bricht der Kurs aus, ist es immer ein gutes Zeichen, wenn es gleich, wenn sich gleichzeitig die Bollinger Bands öffnen, zusammenfassend hier nochmal gesagt, da geht es um das Thema mit der Volatilität, also wenn sich Bänder öffnen, signalisiert uns diese Volatilität und diese Volatilität benötigen ja wir ja letzten Endes, um auch durch eine Wand wie einem Support oder eine Resistance durchzukommen. So, jetzt kommen wir zu dem, was ist jetzt mal der Ausbruch, jetzt komm, was machen wir dann? Wir haben diverse Möglichkeiten, die wir nutzen können, Ausbrüche können nämlich oft auch, oder wir können die Range, die davor war oder die Bewegungen, die davor war, bei Ausbrüchen oftmal auch dazu nutzen, um zum Beispiel Kursziele zu projizieren. Und ich habe jetzt mal hier ein aktuelles Beispiel genommen, ich habe jetzt, oder aktuell ist gut gesagt, das geht jetzt hier zehn Jahre zurück. Ich habe jetzt mal gestern, das habe ich gestern gemacht, das ist jetzt mal der Monatschart von den Kryptowährungen. Und ich weiß, jetzt fangen wir wieder mit den Hypen hier von Kryptokurszielen an, aber jetzt schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Ich nehme gerne bei Ausbrüchen einfach die Projektion. Das heißt, wenn so eine Range bricht, wie gerade vorhin gezeigt, ich nehme die Range und ich trage sie einfach nach oben ab, wenn sie oben ausbricht oder nach unten ab, wenn sie unten ausbricht und zumindest Projektion 1, also einmal die Range projiziert nach dem Ausbruch, das ist für mich dann sehr oft, also hier ist der Ausbruch passiert in diesem Fall über dieses Hoch, aber wenn das jetzt nicht ganz eine Range ist in diesem Fall, aber trotzdem, so ein Ausbruch ist über das ehemalige Allzeithoch, das war so das Allzeithoch von der 2017, 2018er Wende und wenn sowas bricht, kann ich gern sagen, so das war das Hoch davor, das war das Tief davor und das projiziere ich einmal und dann habe ich ein Kursziel. Genauso kann ich es auch, ich gehe nochmal eine Folie zurück, wenn ich jetzt hier beispielsweise diese Range habe und ich will nach dem Ausbruch hier Shorten Kursziel haben, kann ich einfach die Höhe von der Range nehmen, kann sie nach unten projizieren und kann sagen, da ist mein Kursziel. Und wenn ich es ein bisschen weiter will, kann ich natürlich auch sagen, ich mache ein zweites, eine zweite Projektion, eventuell eine dritte Projektion, je nachdem und kann dann vielleicht noch ein zweites Kursziel und ein drittes Kursziel. Hier in diesem Fall will ich mal zeigen, nur damit man sieht, wie das aussehen kann. Also wenn ich jetzt hier die Projektion nehme, das war das Allzeithoch und das war dann so 2019 rum der tiefste Punkt, der nach dem Allzeithoch war, bevor es dann wieder ausgebrochen ist, dann im Jahr 2020, 2021, so um diese Zeit herum und wenn ich diese Distanz vom Hoch zum Tief nehme, was eh relativ bald hier passiert ist und ich trage die nach oben ab und ich trage die ein zweites Mal nach oben ab und ungefähr ein drittes Mal nach oben ab, dann habe ich in etwa das Allzeithoch erreicht, was danach kam. Wenn ich jetzt die aktuelle Situation, wir hatten jetzt vor wenigen Tagen den Ausbruch über dieses Allzeithoch gehabt, also im Prinzip diesen Zeitpunkt hier, jetzt wieder, wenn ich jetzt diese Range nehme von dem Hoch zu dem Tief, was wir hier noch um die Jahreswende rum hatten und das jetzt dreimal nach oben projizieren würde, so wie es hier war, dann würde ich jetzt auf einen Kurs kommen von 229.000 Dollar pro Bitcoin. Gut, ich will jetzt nicht gesagt haben, dass Bitcoin so hoch laufen muss, aber das ist ungefähr das Gleiche, als wir damals bei 20.000 raus sind. Man hätte dann 70.000 gesagt, dann haben auch viele gesagt, das spinnt es doch, aber es ist am Ende ja auch gekommen. Also nur so viel zu dem Thema, aber wir sehen, das sind einfach so einfache Kurszielfindungen, weil gerade wenn es zum Allzeithochs geht, so wie hier, habe ich ja das große Problem, es muss jetzt nicht immer so ein heftiges Beispiel sein, wie jetzt hier Bitcoin, das ist auch bei den Indizes, wir haben jetzt zum Beispiel, nochmal wirklich dazu gesagt, das ist auch ein Webinar, was für die Langfristigkeit ist, also auch jetzt, wenn ihr das in einem oder zwei Jahren anschaut, da sind vielleicht gerade andere Charts interessant, aber ganz grundlegend gesagt, wir haben jetzt hier zum Beispiel, gerade jetzt in diesem Moment, wo wir dieses Webinar aufgenommen haben, im März 2024, wir sind jetzt konfrontiert mit diesen Ausbrüchen bei den Kryptowährungen, wir haben bei den Indizes jetzt regelmäßig neue Allzeithochs, wir haben bei Gold jetzt gerade wieder neue Allzeithochs gesehen und gerade wenn es um Allzeithochs geht, haben wir ja oft die Probleme, also es betrifft auch Trendtrading jetzt auch ein bisschen, dass wir ja nichts zeichnen können, weil ich kann natürlich, wenn ich jetzt irgendwo hier in so Bereichen trade, die es schon mal gegeben hat, dann kann ich sagen, ja da war mal ein Widerstand und da ist eine Trendlinie und da ist ein EMA oder sonst was, aber wenn ich jetzt einen Ausbruch habe auf Allzeithochs, dann habe ich das nicht, das Einzige, was ich dann habe ist, ich kann Bivote Points nehmen, ich kann runde Zahlen nehmen, 80.000, 100.000, 120.000, so wie hier oder ich kann aber auch Projektionen nehmen, das ist oft das Einzige, weil ich muss ja irgendwo, muss ich ja Linien zeichnen können, ich kann keine Linien hier zeichnen, aber da war noch nichts, da links außen ist gar nichts, also nur runde Zahlen oder Projektionen und wenn ich jetzt zum Beispiel hier Kursziele suche, ich muss ja nicht auf die 230 gehen, aber ich kann zum Beispiel mal sagen, was ist denn jetzt von der, von dieser, von diesem Hoch zu diesem Tief, die Projektion 1, so für ein erstes, halbwegs realistisches Kursziel, das waren so die 120, wären das zum Beispiel jetzt, und genauso hier, da hätte ich auch dann hier, nach dem Ausbruch hier im Jahr 2020, 2021 hätte ich sagen können, gut hier, das waren so die 40.000, 42.000, das kann so ein erstes Kurs, das war auch ein bisschen Reaktion, wie man anhand des Tochtes sieht, als hier das zweite Kursziel geholt worden ist, wieder sowas, dann hat er ungefähr zweieinhalb Projektionen gemacht, dann kam der Einsturz, am Ende hat er trotzdem halt die dritte Projektion einigermaßen geholt, also gerade auch bei der Kurszielfindung, nach Ausbrüchen kann es oft interessant sein, einfach zumindest die Einzelprojektion zu machen und wenn man halt noch ein weiteres Ziel sucht, zumindest das zweite, manchmal auch das dritte, das Grund, warum ich jetzt hier auch das dritte eingezeichnet habe, ist vor allem auch deswegen, weil es hier halt auch dreimal waren. Ich habe jetzt allerdings nicht die Mühe gemacht, um hier noch weiter runter zu gehen, weil man findet ähnliche Muster auch hier, wenn man die Charts ein bisschen zusammenstaucht, noch zurückgehend, natürlich weit vor 2017, 16 und 15. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit natürlich der Trendfortsetzung. Jetzt Achtung, jetzt haben wir hier ein Beispiel, was jetzt einen kleinen, ich würde jetzt sagen, Schönheitsfehler drin hat und zwar der, ich habe hier von der SKS gesprochen, das ist jetzt nicht unbedingt eine SKS, weil eine SKS-Formation ist eine Umkehrformation und eine Umkehrformation muss sich natürlich am Ende eines Trends haben. Also das heißt, in diesem Fall ist es eine inverse Umkehrformation, also muss natürlich erst ein Abwärtstrend da sein, da ist jetzt ein Aufwärtstrend und eine Art von Korrektur. Nichtsdestotrotz, es ergibt sich dadurch trotzdem hier eine sehr schöne Linie, 1, 2, das zwei Punkte kann ich immer verbinden, der dritte ist kein Zufall mehr, der vierte erst recht nicht, der fünfte schon gar nicht und die Parallele ergibt mir hier halt die Schulter mit diesem kleinen Fehlausbruch nach unten. Das ist so eine Art von Korrektur-SKS. Es kommt oft vor, dass einfach die Korrektur in Form einer Flagge abläuft, aber sehr oft auch mit so einem leichten Fehlausbruch nach unten, was ja oft auch ein Zeichen dafür ist, dass es in die andere Richtung laufen kann und es geht jetzt ja auch gar nicht darum, wie jetzt diese Linie heißt oder wie diese Formation heißt und so weiter, aber es ist, ich muss hier ganz kurz das Fenster wegmachen, es ist nicht wichtig, wie die Linie heißt und was das für eine Formation ist. Wichtig ist, ich habe hier eine Linie, die muss nicht immer gerade sein, horizontale kann oftmals schräg sein und wir sehen auch hier, kaum ist dieser Ausbruch da, haben wir auch sogar theoretisch nochmal einen, also ich nutze jetzt mal den Einstieg und Ausstieg hier, also wenn wir jetzt mal rein von dem Ausbruch gehen, wir haben hier den Close drüber und wir hatten dann sogar, der Close war so nahe, da muss man nicht auf den Retest warten, wir hatten ihn sogar am Ende noch und dann lief das weiter. Was ich aber meine ist, wenn ein Ausbruch kommt, wie wir gesagt haben schon, es ist ja so, dass dann natürlich Volatilität entstehen kann, was wir auch hier sehen, es schmiegt sich hier auch das Bolinger Band sehr schön in etwa an die Linie an, unten nicht ganz so, aber oben vor allem und es geht ja vor allem um die Ausbruchslinie und kaum sind wir durchgebrochen, öffnet sich das Bolinger Band und sehr oft, weil dann diese Volatilität kommt, entsteht natürlich auch ein Trend und wenn dann ein Trend entsteht, was könnte ich da machen? Ganz klar, da gehen wir zurück zum Kapitel 1 und sagen mal, Trendstrategie, beispielsweise Triple EMA und dann hätte ich jetzt hier die Möglichkeit gehabt, wenn ich jetzt auf den ersten Einstieg rein wäre, dass wir hier den Ausbruch erstmal vielleicht sogar laufen lassen, natürlich einen klassischen Ausbruch, hätte ich hier getradet, Ausbruch, Storbe unter das letzte Die vor dem Ausbruch, da hätte man auch natürlich die Höhe von dieser Formation projizieren können, alles mögliche, aber ich kann in so einem Fall natürlich auch sagen, so bin ich da jetzt Ausbruch, lasse ich ihn mal laufen, habe es erstmal nicht eilig und lasse ihn erstmal zurückkommen, vielleicht habe ich Glück und das formiert sich so ein Triple EMA oder irgendeine andere Trendstrategie, die ich habe, auch eine Trendlinie vielleicht, da gab es auch vielleicht eine Trendlinie und in diesem Fall jetzt hätte ich da im Falle des Triple EMAs, wenn ich jetzt den frühen Einstieg beim ersten Rücklauf genommen hätte, hätte ich hier rein können und hätte den Trade auch auf diese Art und Weise handeln können. Hier wäre dann der Ausstieg gewesen, weil er unter den 20er gestoppt hätte. Aber das heißt, die Möglichkeiten, die ich habe nach dem Ausbruch, ist, ich kann für die Kurszielfindung oder fürs weitere Verfahren, um den Ausbruch zu handeln, ich kann Projektionen machen, um einfach die Range selber abzutragen, zumindest einmal, vielleicht zweimal und unter Umständen auch dreimal, aber ich kann auch genauso zum Beispiel einfach den Ausbruch als Anlass nehmen zu sagen, ja, jetzt kann sich vielleicht ein neuer Trend entwickeln und ich nutze diesen Trend einfach, um hier weiter zu traden. Gehen wir ein paar Fakten durch, wieder um so ein bisschen auch die Sachen zusammenzufassen zwischendurch, damit es auch wirklich jeder versteht. Also was wir jetzt gesagt haben, zunächst Ausbrüche sind erst dann gültig, wenn auch eine Kerze außerhalb der Zone, außerhalb der Range, oberhalb der Linie, unterhalb der Linie, oberhalb des EMRs, unterhalb des EMRs, wie auch immer, also diese Signallinie, mit anderen Worten gesprochen, wenn wirklich diese Kerze außerhalb geschlossen hat. Wir haben auch gesagt, dabei zählt der Timeframe, wo ich das Setup am besten darstellen kann, habe drückend ein bisschen Mut und ein bisschen Selbstvertrauen, geht nicht immer so in diese Opferrolle und sagt, ja, aber ich kenne mich ja nicht auch, ich bin ja nur Anfänger, das weiß der Markt nicht, vertraut euch selbst ein bisschen, es ist okay, manchmal auch Fehler zu machen, solange das Money Management einhält und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, handelt halt Demo, ist auch kein Problem, aber versucht das auch zu üben. Wichtig ist, da, wo ihr persönlich das Setup am besten darstellen kann, das ist schon mal keine schlechte Idee, es dort zu versuchen. Es geht ja nicht nur darum, ob das jetzt der richtige Timeframe ist, sondern es geht ja auch darum, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr auch versteht, was ihr tut, warum ihr reingeht, wo ihr reingeht, wann ihr reingeht, weshalb und so weiter und so fort, dass ihr diese ganzen W-Fragen und wenn ihr das richtig darstellen könnt und schön auf dem Schirm habt und auch schön erkennen könnt, dann habt ihr einfach auch so diese Confidenz, die ihr auch braucht, allein schon für das ganze Mentale. Das Verhalten der Bollinger Bands in aller möglicher Art kann immer ein sehr guter Filter sein, das heißt einerseits, wenn es seitwärts läuft, dass ihr seht, dass es noch seitwärts läuft, wenn es ausbrucht, um es die Volatilität zu signalisieren und das Abwarten eines Retests kann oft ein Vorteil sein, vor allem im Zusammenhang mit dem Chance-Risiko-Verhältnis, kurz CRV. Ich gehe eigentlich so vor, weil oft die Fragen auch bei so Ausbrüchen kommen, gehst du sofort rein oder wartest du auf den Retest? Das ist eine der häufigsten Fragen. Ich mache schon sehr lange Webinare und wenn ich so eine Chartliste machen müsste, so mit den zehn häufigsten Fragen, die gefragt worden sind, eine der häufigsten Fragen wäre ganz bestimmt, gehst du da sofort rein oder wartest du auf den Retest? Ganz einfach, wenn, ich weiß ja normalerweise, wo ich stoppe, irgendwo unter der Linie, wie wir jetzt gesagt haben, das letzte Hoch vor dem Bruch oder das letzte Tief unmittelbar vor dem Bruch und wenn ich den Close habe, dann kann ich ja sagen, so da ist jetzt der Close, da ist mein Stop-Loss, da ist mein Kursziel, zum Beispiel die Projektion und wenn ich dann sehe, dass es mit dem CRV passt nicht, ich versuche in der Regel immer 3 zu 1 Chance, Risikoverhältnis anzuwisieren, ich sehe, dass jetzt das CRV nur 1 zu 1 ist oder vielleicht sogar negativ ist, also ich riskiere 100 Bips, aber Kursziel ist schon nach 40, dann gehe ich natürlich nicht rein. Wenn ich aber zum Beispiel sehe, gut, das ist ein paar Punkte drüber, der Stop ist irgendwo bei 60, das Kursziel ist bei 270, ja, das ist okay, dann gehe ich sofort rein. Also die Entscheidung, ob ich sofort reingehe oder auf den Retest warte, das hängt vom Chance-Risikoverhältnis haben. Der einfachste Weg ist, einfach ausmessen, würde ich jetzt reingehen, wie wäre das CRV, ist es gut oder gut genug, dann gehe ich rein und ist es nicht gut genug, dann gehe ich auf den Retest. Es ist aber grundsätzlich kein Fehler, zum Beispiel auch zu sagen, immer auf den Retest warten. Es ist aber ganz bestimmt ein Fehler, immer sofort reinzugehen, weil man dann auch wirklich auch Trades hat, die einfach nicht dem Chance-Risiko-Verhältnis entsprechen. Zur Kurszielfindung eignen sich Projektionen oder der Übergang in eine andere Strategie, zum Beispiel in eine Trendstrategie. Jetzt kommen wir zum Fehlausbruch. Wie ihr es hier sehen könnt, wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheuen, ich habe extra einen Grafiker hier engagiert und ihn dann rausgeschmissen. Nein, so wirkt es. Also ich habe mal hier so ein ganz einfaches Ding gezeichnet, also wenn man so eine Sideways-Range hat, wie sie auch immer aussehen mag, oft gibt es einen Ausbruch und dann gibt es auch einen Retest und dann geht man long und dann geht es ganz kurz nach oben und man freut sich und dann geht es plötzlich wieder nach unten und wird ausgestoppt und dann ärgert man sie fürchterlich. Das ist natürlich das Risiko. Der natürliche Feind des Ausbruchstraders ist immer der Fehlausbruch und leider passiert er halt manchmal. Da kann man nichts dagegen machen. Auf der einen Seite ist es halt so, das Schöne daran ist allerdings natürlich, gerade wenn ich den Retest nehme, ich habe halt eine relativ enge Stopp-Distanz, weil ich weiß eigentlich schon hier unten irgendwo vielleicht, dass es nicht funktioniert hat. Spätestens, wenn natürlich der Candleclose dann drinnen ist. Ich zeige das dann gleich nochmal mit Candlestick und wenn wir mal schon schauen, also reinfunkt ist jetzt endlich kein echter Chart, aber so, wenn das jetzt ein echter Chart wäre, da habe ich relativ wenig. Ich nehme mal so gerne die Mauszeiger. Jetzt habe ich hier eins, zwei, drei Mauszeigerhöhen ungefähr, wo ich so das Gefühl habe, da wäre der Trade zu Ende. Aber die Range selber, die ist gefühlt 15 Mauszeiger hoch. Also das heißt, ich habe viel mehr Distanz nach oben, Luft, wo ich Gewinn machen kann, als ich Distanz nach unten habe, wo ich den Stopp setzen kann. Und das hat natürlich den Vorteil, dass selbst wenn der Trade schief geht, wenn ich eine Trefferquote am Ende habe, bei 10 solchen Trades, 20 solchen Trades, bei einer Vielzahl solcher Trades und die Trefferquote wäre jetzt nur 40 Prozent, mit einem Chance-Risiko-Verhältnis, würde ich ja trotzdem in der Regel noch Gewinn machen. Aber auf der anderen Seite, kann man mich gerade solche Fehlausbrüche oft mal dazu verwenden, um vielleicht auch am Ende doch in die andere Richtung zu gehen. Das heißt jetzt nicht unbedingt Rache-Trading. Jetzt mal aufpassen. Rache-Trading ist ja etwas, was man nicht tun sollte. Rache-Trading heißt ja in der Regel, wenn man so die normale Definition folgt, ein Trade läuft schief und was mache ich danach? Ich gehe einfach in die andere Richtung rein. Das ist natürlich genau das, was man eigentlich nicht tun sollte. Aber warum ist Rache-Trading eigentlich ein Problem? Nicht deswegen, weil jetzt wenn es in die falsche Richtung läuft und man in die andere Richtung geht, dass es gleich eine falsche Entscheidung ist. Aber wenn es in die falsche Richtung läuft und ich gehe dann in diese andere Richtung rein und es läuft dann in die andere Richtung, also dann mache ich ja Gewinn. Das ist ja eigentlich nichts Falsches. Das Problem bei einem Rache-Trading in der Regel ist das, dass die Leute Rache-Trading wirklich rein aus Emotionen machen. Ohne Strategie dann in diesem Fall. Sind wir schon wieder beim Thema Strategie, weil ich habe vielleicht eine Ausbruchstrategie, ich mache sie, freue mich, dass es geht, dann ärgere ich mich, dass es nicht geht, dann sage ich, verdammt, jetzt hat das nicht funktioniert, Entschuldigung das Wort, und dann gehe ich in die andere Richtung. Einfach so, ohne mir jetzt nachzudenken, warum überhaupt. Jedem ist das schon mal passiert, es geht in die andere Richtung, ihr habt Rache-Gedanken und dann tretet ihr in die andere Richtung. Was vielleicht grundlegend erstmal nicht falsch wäre, aber wenn ich dann plötzlich rein aus der Emotion einen Trade mache, trade ich halt ohne Strategie. Was ich aber tun kann, ist natürlich eine Art von Rache-Trade zu machen, allerdings mit einer Strategie dahinter, mit einem Money-Management dahinter und somit auch einer realen Chance dahinter. Wenn auch das Chance-Risiko-Verhältnis noch dazu passt, dann wird es natürlich um einiges interessanter. Und da habe ich dann natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel, weil in sehr vielen Fällen Wellens zu solchen Fehlausbrüchen kommt, dann geht es oft in die andere Richtung und manchmal bricht es sogar unten aus und dann ist auch sehr schnell dieser Fehlausbruch wieder vergessen. Sehr viele Trader, ich habe jetzt hier mal ein etwas besseres Beispiel, sehr viele Trader nutzen das aber auch oft, um bewusst nur Fehlausbrüche zu traden. Ich finde, das ist auch gerade für die von euch, die vielleicht jetzt schon Ausbruchstrade versucht haben, aber oft die Erfahrung gemacht haben, na, das ist nicht so meins. Ich habe mir, viele sagen das auch, ich habe so eine Ausbruchstrategie für mich zurechtgelegt, aber irgendwie komme ich damit nicht so recht klar, ist nicht so meins. Macht ihr nichts, dann handelt einfach keine Ausbrüche mehr, handelt nur noch Fehlausbrüche. Stellt euch mal vor, ihr ignoriert so einen Ausbruch. Das aktuelle Ausgebrochen, regetestet, Neues hoch, wunderschön, aber ich mache einfach nicht mit. Ich suche trotzdem nach Ausbruchstrades, nur um den Ausbrüchen zuzuschauen und wenn sie weiterlaufen, interessieren sie mich nicht. Vielleicht steige ich dann später in einen regulären Trendtrade wieder ein, wenn es dann eh läuft, was so wieder Triple EMA vorher war. Aber wenn es nicht funktioniert und es würde wirklich wieder drunter schließen und ich bin immer noch nicht long und gehe auch da nicht mehr long, nutze ich vielleicht überhaupt nur die Shorttrades. Also so ein bisschen diese Arsgeier-Methode. Ich suche nach Ausbruchstrades, nur um zu hoffen, dass die schief liefen und auch schief laufen für die anderen, die den Ausbruch getradet haben, nur um dann nur ausschließlich den Fehlausbruch zu handeln. Da kann man auch gewisse strategische Muster nehmen. Ich komme gleich wieder zu richtigen Candlesticks, wie wir es nur erklärt haben hier. So ist es oft einfach leichter. Wenn ich jetzt so den klassischen Ausbruch aus der Sideways-Range habe, kann natürlich auch eine SKS sein, kann da wieder jede andere Form von Formationen sein. Ich habe den Ausbruch, ich habe den Retest beispielsweise, ich habe ihn hoch gemacht, bis dahin sah es gut aus. Vielleicht habe ich auch einen Long gemacht und habe einen Stopp schon auf Brick heben, umso schöner. Aber wenn dann der Close wieder kommt, der Candle Close und der Bruch wieder zurückkommt unter die Linie, die einfachste Strategie, die ich da nutzen kann, ich kann Short gehen, sei es gleich, sei es am Retest. Erfahrungsgemäß ist oft der Einstieg gleich besser. Gerade bei solchen Ausbrüchen, da meistens auch viele Stops fliegen, viele Asker ja dann eben schon rumkreisen und warten nur, dass sie shorten können. Dann kommt oft sehr viel Volatilität, auch dieses Enttäuschungspotenzial des gescheiterten Ausbrüches an. Schaut euch mal gestern zum Beispiel am Nachmittag im H1, M30, M15 mal diesen Fehlausbruch aus der Sideways-Range in Bitcoin an, wo es dann unten raus ist. Ein ganz gutes Beispiel dafür übrigens, wenn ihr was im Chart mal selber schauen wollt. Und dann geht es meistens sehr schnell in die andere Richtung. Und deswegen ist es oft besser, da gar nicht auf den Retest zu maten, weil man diese Chance oft gar nicht hat. Aber ich nehme in so einem Fall dann gerne einfach die Fehlausbruchs-Range, also die Ausbruchs, die Projektion der Ausbruchshöhe, sind wir schon wieder bei der Projektion, also von der Oberkante selbst, quasi vom Retest oder vom Ausbruch hier, projiziere bis zum Hoch, was ich tatsächlich hatte und projiziere das einfach in die Range. Und das ist dann oft so ein erstes Kursziel, was ich nutzen kann. Und auf der anderen Seite kann ich dann zum Beispiel die Unterkante als das zweite Kursziel nutzen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit zum Beispiel überhaupt nur die Unterkante zu nehmen und was einen Stopp betrifft, da könnt ihr entweder einfach knapp über der Linie stoppen oder zum Beispiel auch gerne über das Hoch gehen. Was aber nicht immer gelingt, weil manchmal ist der Ausbruch so hoch, dass es sich nicht lohnt, so weit weg zu stoppen. Da ist oft ein engerer besser. Aber oft sind diese Fehlausbrüche nur ganz so kleine Bewegungen, so wie hier. Und da könnt ihr dann natürlich oft mal einfach über das Hoch gehen. Das heißt, dann habt ihr auch einen relativ guten Stopp außerhalb der Kurse. Aber schauen wir uns mal das Ganze jetzt mit Candlesticks an. Also so sieht jetzt so ein Trade aus in dem Moment, wo er zustande käme. Wir haben jetzt hier wieder eine Range oder genauer gesagt einen Widerstandsbereich oben. Wir sehen ihn hier, da wurde das getestet und nochmal getestet und hier nicht ganz. Und wenn ich mir das vielleicht schon zurechtlege, egal ob für Ausbruch oder Fehlausbruch und ich bin gerade irgendwo hier, also das war die aktuelle Kerze, dann ist immer auch immer so die Frage, soll ich diesen Ausbruch überhaupt handeln? Ist dieser Widerstand überhaupt gültig? Weil der letzte Test ist doch schon eine gewisse Zeit her. Deswegen ist es immer schön, wenn er dann hochkommt und erstmal ein bisschen abrallt. Das ist immer gut. Weil wenn er erstmal abrallt, dann weiß ich zumindest gut, er hält sich noch dran. Also das Level ist immer noch aktuell. Also so nochmal bestätigt vor dem Ausbruch selbst. Dann gelang der Ausbruch, ging ein bisschen hoch und dann haben wir auch hier den Dreher gemacht und haben jetzt hier den Close drinnen. Und das ist in der Regel dann das Short-Signal bereits. Weil jetzt seht ihr, wie der eigentlich ausgebrochen ist. Jetzt müsst ihr mal so die Marktpsychologie euch vorstellen. Jetzt bricht das aus, alle freuen sich, ja endlich bricht das aus und die Bullen kommen rein und es geht long und macht vielleicht ein neues Allzeithoch, möglicherweise sogar, man weiß es nicht. Und irgendwie ist der ganze Markt bullisch, keiner denkt, vielleicht war vorher noch ein Aufwärtstrend, das war nur so eine Seitwärtskorrektur im Oberen, also so eine Seitwärtskorrektur, meine ich, also diese Korrektur nach rechts, was wir oft sagen, also dass er nicht zurückgeht, sondern dass er einfach nur auf hohem Niveau seitwärts pendelt, also richtige Bullischnest dahinter und endlich, yeah, es geht weiter, der Aufwärtstrend setzt sich endlich wieder vor, jetzt haben wir so lange warten müssen auf ein Neuhochs und jetzt geht es weiter und alle sind froh, alle sind bullisch und dann vor allem diese Kerzen, da sind die Leute noch bullischer und alle freuen sich und alle sind glücklich und überall steht, ja der Chart geht nach oben und alles ist toll und plötzlich die herbe Enttäuschung innerhalb von zwei Kerzen rums, alles runter und dann natürlich, dann kommt so diese Marktpsychologie an. Es sind viele, die natürlich jetzt in Longs reingegangen sind, vielleicht den Ausbruch getradet haben, die werden hier ausgestoppt. Viele, die vielleicht den Ausbruch auf andere Art und Weise getradet haben, die kriegen kalte Füße, gehen raus. Viele, die jetzt gehofft haben, jetzt geht es endlich gut, die gehen raus. Viele, die da oben vielleicht zu spät Long gegangen sind, die müssen raus, die fliegen raus und gleichzeitig sehen aber schon wieder einige Short Trader jetzt genau dieses Signal und gehen Short. Egal, ob ich jetzt noch zum Long rausgehe oder ob Trader aus Longs rausgehen oder in Shorts reingehen, es sind immer Sell Orders, weil Ausstiege aus Longs, sei es manuelle Ausstiege oder Stop Losses, das sind immer Sell Orders und das sind dann einfach eine Menge Sell Orders, die in diesem Moment in den Markt kommen und das führt dann sehr oft dazu, dass der Markt recht schnell fällt. Das ist der Grund, warum ich umgehend hier auf den Retest warte. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Jetzt kann ich, wie wir es schon gezeigt haben, ich habe da im Prinzip zwei Methoden. Ich habe jetzt mal hier das mit Methode 1 und Methode 2 genommen. Die Methode 1 in meinem Fall ist so, dass ich, wenn ich einen engeren Stopp setze, natürlich ein engeres Kursziel haben kann und haben sollte. Wenn ich einen weiteren Stopp setze, kann ich unter Umständen auch ein weiteres Kursziel haben. Das muss von CAV halt irgendwie Sinn machen, von der Rentabilität her. Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich brauche jetzt nicht hier oben stoppen, Methode 1, hier ist der Short-Einstieg in beiden Fällen, ich setze es einfach knapp drüber, sollte doch die Linie wieder nach oben verlassen, das wäre so ein Fehl-Fehlausbruch gewesen, dann wäre es halt Pech gewesen. Einfach, aber dann habe ich hier einen relativ engen Stopp, aber gleichzeitig projiziere ich diese Fehl-Ausbruchshöhe in die Range rein und habe hier ein Kursziel bereits. Ein zweites Kursziel, wenn ich hier eine Teilschließung zum Beispiel machen möchte und den Stopp nachziehe, könnte natürlich immer auch die Unterkante sein, was aber zugleich auch der erste Ausstieg, der Methode 2 ist. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich will es ein bisschen außerhalb der Kurse haben, um auf Nummer sicher zu gehen, gerade wenn das vielleicht auch ein Allzeithoch war und ich mir jetzt vielleicht eine größere Korrektur erwarte, also dass er vielleicht auch am Ende unter den Support kommt und doch den Ausbruch nach unten macht, dann kann ich natürlich den Stopp-Rücken ein bisschen weitersetzen, aber dann brauche ich auch ein weiteres Kursziel, dann hilft mir das Kursziel 1 mit der Projektion hier nicht, das könnte ich vielleicht nutzen, um den Stopp nachzuziehen, wenn er durchgeht, aber die Schließung mache ich dann eher erst an die Unterkante und die kommt auch sehr oft. Und dann kann ich auch einen Stopp spätestens, da habe ich es nachgezogen und das ist ein sehr häufiges Phänomen, gibt es oben einen Fehlausbruch, bricht er oft am Ende unten raus, zumindest die Rangehöhe. Gibt es unten einen Fehlausbruch, geht es oft oben raus, weil er zeigt einfach, er wollte Höhe, konnte nicht und das ist oft so den Schwung, den er holt, um dann nach unten zu knallen, weil dann hat auch dementsprechend viele Short-Orders reinkommen. Und in diesem Fall ergeben sich dadurch natürlich einfach Chancen, aber auch da gibt es jetzt noch ein paar Fakten, die wir in diesem Zusammenhang besprechen müssen. Zum einen, Ausbrüche sind gescheitert, wenn wieder eine Kerze innerhalb der Range und dem Chartmuster schließt. Denkt an diese Marktpsychologie, denn durch das Scheitern entsteht oft sofort Volatilität aufgrund dieser Marktpsychologie. Wie wir es eben vorhin gesagt haben, es ist einfach so, dass in diesem Moment, wo der Markt realisiert, es ist schief gelaufen, also eine wichtige Marke wird doch wieder unterschritten. Das ist nicht nur einfach so, dass diese Linie unterschritten wird, was ja an sich schon Short ist und Bearish ist. Es ist so, dass alle, die vorher Bullish waren, dieses wechselbehalte Gefühl, erkennt das ja selber von euch selbst, wenn ihr euch beim Trading kennt, jeder hat das schon mal erlebt, ihr freut euch, da läuft gerade euer Trading Tag so gut, alles ist gut, ihr schaut euer Konto an, alle Trades sind im Plus, alles sieht tiptop aus, ihr denkt euch, yeah, heute ist ein guter Tag und da geht ihr einmal kurz aufs Klo, kommt zurück und plötzlich ist alles schlecht gelaufen und da müsst ihr ja damit klarkommen, dass wenn es gerade eben noch so gut lief und ihr auf Wolke 7 wart, dass ihr plötzlich jetzt im Keller unten seid, also von Himmel zur Hölle, innerhalb von einer halben Minute, so nach dem Motto, das kommt oft vor und das ist ja oft so diese mentale Schwierigkeit, diese Zerrissenheit, die wir als Einzelpersonen, als Individuen, als einzelne Trader oft in uns haben und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie sich das auf dem Gesamtmarkt auswirkt, der Gesamtmarkt feiert neue Allzeithochs und 10 Minuten später geht es wieder unter diese Marke und dann kommt diese Enttäuschung und das löst oft wirklich Volatilitätsströme aus, die nicht natürlich jetzt sofort dazu führen, dass wir gleich nach unten knallen, aber zumindest natürlich eine gewisse Volatilität auslösen, weil auch viele einfach mal bahnisch auf den Knopf drücken. Das muss ja gar nicht sein, dass alle Short gehen, aber ich habe auch das oft, wenn ich jetzt einen Fehlausbruch sehe, der Stopp ist in der Regel knapp gesetzt, die fliegen eh raus, aber wenn ich dann sage, so das hat den Ausbruch jetzt doch nicht funktioniert, selbst wenn ein Stopp vielleicht ein bisschen weiter ist, vielleicht denkt man sich dann, Moment, jetzt gehen wir doch erstmal kurz raus aus dem Trade, um jetzt hier nicht im fallenden Trade drin zu sein und zumindest überlegen wir mal neu, wir können ja notfalls wieder einsteigen, aber es gibt einfach von sehr vielen Marktteilnehmern, aber auch von algorithmischen Systemen dann automatisch Ausstiege und wenn im selben Moment, zum selben Zeitpunkt an der ungefähr derselben Marke viele Trader dasselbe machen, also in diesem Fall dann verkaufen beispielsweise, dann ist natürlich automatisch eine Reaktion da und diese kurzfristige Volatilität, die dann entsteht, die können wir oft sehr gut nutzen, um gleich in Trades reinzugehen und deswegen ist es wichtig, zwar den Close abzuwarten, aber in dem Fall ist oft besser wirklich auf den Retest zu verzichten und wirklich reinzugehen, sollte der Close zu tief sein, dass einfach das vom CRV nicht mehr hinkommt, da mache ich keinen Retest Sell Limit, so wie in anderen Fällen, sondern dann verzichte ich einfach auf den Trade, warte eventuell, dass er auf der anderen Seite ausbricht. Sofortige Einstiege sind somit meist nötig. Wir haben ansonsten noch, sehr oft wird dann die Gegenseite, der ursprünglichen Form angesteuert, aber zugleich auch, manchmal erfolgt sogar der Ausbruch in die Gegenrichtung und so wie wir das vorher auch hatten mit den Projektionen, wenn es in die Gegenrichtung ausbricht, ist das ja auch nichts anderes wieder als ein Fehlausbruch mit einer zusätzlichen Bestätigung, weil es eben vorher auf der anderen Seite Fehlausgebrochen ist und wenn ich dann einfach diese ursprüngliche Range nehme und diese dann wieder nach unten projiziere, zweites Mal nach unten projiziere, drittes Mal nach unten projiziere, kann ich hier natürlich auch wieder sehr schöne Kurszille finden. Und natürlich, wie wir auch gesagt haben, nach einem Ausbruch ist immer auch die Möglichkeit, da auch in einen neuen Trend überzugehen und da ist es auch so, wenn ihr nochmal aus Kapitel 2 zurückkommt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das auch gerne nochmal anschauen. Da haben wir ja von einer Mikado-Strategie gesprochen, gerade wenn es jetzt natürlich nach oben aus, also jetzt gehen wir nochmal vom Long-Beispiel aus, wir brechen nach oben aus, dann entsteht zum Beispiel ein neuer Long-Trend, wenn wir nach unten, also in die andere Richtung ausbrechen, weil vorher ein Fehlausbruch war, dann kann zum Beispiel sein, dass das zugleich auch in irgendeiner Form dann der Klos unter der Mikado-Wolke ist und der Chico-Span drin ist und wir dann zum Beispiel auch nach dem Ausbruch einfach so einen Trendwende-Trade treten können. Also gerade wenn Ausbrüche passieren, ich habe eigentlich immer zwei Möglichkeiten, ich suche mir entweder Projektionen, ich suche mir Pivot-Points, ich suche mir irgendwelche Widerstände, die ich ansteuern kann, aber um zu sehen, wo diese Kursziele sind, mache ich trotzdem oft die Projektionen und suche mir dann diese Widerstände in etwa an diesen Distanzen, die bei der Projektion sind, aber im zweiten Fall kann ich oder manchmal kann ich auch tatsächlich sofort in eine andere Strategie übergehen, was dann ein neuer Trend sein kann, zum Beispiel in Form einer Trendstrategie. Und das ist alles, was wir erstmal sagen wollten zu Ausbrüchen und Fehlausbrüchen. Wichtig für euch ist es auf jeden Fall, dass ihr einfach in die Charts geht. Also wir wollen immer so ein bisschen auch die Hausaufgabe geben, versucht jetzt einfach mal in die Charts zu gehen, jetzt nicht zu traden. Geht mal in die Charts, schaut euch mal einfach ein paar alte Charts an, geht ein bisschen zurück, gerne auch am Wochenende, wo ihr die Ruhe habt, schaut euch wirklich mal an, wie haben sich Märkte in Seitwärtsphasen verhalten, wie haben Fehlausbrüche ausgesehen, wie haben sich die Bollinger Bands verhalten und ihr werdet sehen, da könnt ihr sehr viele Ausschlüsse dazu gewinnen. Was ihr aber auch tun könnt, wenn ihr so klug seid und ein Trading-Journal schreibt, dann schaut euch mal, sucht euch mal so ein paar von euren Fehlausbruchstrades, also ihr habt sicher vielleicht ein paar Ausbruchstrades schon gemacht und wenn ihr mal da einfach schaut, wo sind denn die ganzen Ausbruchstrades, die schief gelaufen sind, dann geht mal in den Chart zurück, schaut euch die Trades wieder an, schaut, wo euer Einstieg war, schaut, wo ihr rausgeflogen seid, blendet euch mal die Bollinger Bands ein und stellt euch zwei Fragen. Erstmal, hätten mir die Bollinger Bands eventuell doch geholfen, wenn ich sie genutzt hätte und zweitens, hätte ich vielleicht nach dem Scheitern dieses Ausbruchstrades vielleicht doch einen Fehlausbruchtrade gemacht und das dritte, was ihr vielleicht euch nochmal, das habe ich jetzt hier nicht auf die Fakten geschrieben, aber was ich auch wirklich nochmal ans Herz legen möchte, ist, wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, so in der Vergangenheit oder auch vielleicht in der Zukunft die Erfahrung machen solltet, dass Ausbruchstrades für euch einfach nicht funktionieren oder aktuell halt vielleicht einfach eine Phase ist, wo sie nicht funktionieren, dann versucht einfach mal auf die Ausbruchstrades zu verzichten, aber trotzdem dann lieber auf die Fehlausbrüche zu gehen, also Ausbruchstrades weiterhin suchen, sie aber einfach nicht traden, wenn sie weiterlaufen, dann macht ihr lieber den Trendtrade, wenn er später entstehen sollte, dann werdet ihr nicht unbedingt gleich was versäumen, aber wenn es doch zum Fehlausbruch kommen sollte, dann reibt euch kurz mal in die Hände, macht mal so ein kleines Gagamellächeln und dann versucht lieber den Gegentrade zu handeln, das ist nämlich dann in diesem Fall oft besser, weil ich sage auch immer, beim Fehlausbruch ist meistens auch dann die Richtung klar, einfach die andere und das ist oft mal recht hilfreich, wenn man ja oft nicht weiß, in welche Richtung man handeln sollte, bei einem Fehlausbruch weiß man meistens in welche und in sehr vielen Fällen geht es schnell, schnell in die Kursziele, aber in der Regel auch, wenn es schief läuft, sehr schnell in die Stop-Losses und ich sage auch immer, wenn ich ausgestoppt werde, wenn es ist, ja manchmal ist es unvermeidlich, dann ziehe ich es doch vor, wenn es schnell passiert, nicht wegen kurz und schmerzlos, aber einfach, wenn es erledigt ist, ist es erledigt, das ist ja auch oft blöd, wenn ein Trade ewig drinnen hängt, ewig drinnen hängt und ewig macht man sich Hoffnungen oder ewig kann man nichts davon halten und dann wird er irgendwann nach halbem Ewigkeit ausgestoppt, also mir ist es oft lieber, wenn es schnell passiert, dann ist der Trade raus, ich kann ihn ausbuchen, ich kann mir in einem Trading-Journal das vermerken und kann mich wieder neuen Dingen zuwenden und muss mich nicht darum kümmern und gerade bei solchen volatilen Fehlausbruchstrades hat man oft mal ganz gute Möglichkeiten. Wir machen auf jeden Fall weiter mit der nächsten Episode in einer Woche, heute in einer Woche am 20. März, dann wieder um 18 Uhr, dann werden wir erstmal ein paar spezielle Sachen noch besprechen. Wir werden erstmal sprechen über Möglichkeiten, die wir bei News haben, da werden wir ein bisschen auch einhaken, jetzt wieder bei dem Thema mit dem Ausbrüchen, weswegen wir da jetzt auch wieder so ein paar kleine Fragen vielleicht noch offen gelassen haben, denn gerade bei Ausbrüchen oder gerade Ausbrüche können bei Nachrichtenbewegungen passieren, oft mal hat man ja so Ranges bevor die Nachrichten kommen, die Märkte warten auf die Nachrichten, deswegen läuft es im Preisspannen und dann im Zuge der Nachrichten kommt dann die Volatilität und dann bricht es aus und auch dann kann man natürlich wieder oder sollte man wieder auf die Closets warten, auch wenn das vielleicht Candle-Close sind, die ein bisschen dann in kleineren Timeframes stattfinden aufgrund des News-Ereignisses, aber trotzdem sind die Candle-Close dann zumindest im M15 oft wichtig, auch dann ist es oft sehr hilfreich, wenn man Projektionen nutzt, da kommen wir dann auch nochmal dazu, sehr oft gibt es diese Fehlbewegungen, es kommt bei News vielleicht oft mal in die richtige Richtung, die die News suggerieren, aber es dreht dann doch wieder um und gerade das können oft ganz interessante Bewegungen mehr, wenn es da am Ende ganz in die andere Richtung läuft und wir werden aber auch ein bisschen über Gap-Trading sprechen und über ein paar so andere Kleinigkeiten, die es auch noch gibt, wo man oft nur so kleine Bestandteile dann im Markt haben werden. Ich bin jetzt auf jeden Fall für heute durch, bedanke mich jetzt nochmal fürs Zuhören, wenn es Fragen gibt, bitte jederzeit auch auf meine Webseite gehen, www.deutschevitatrading.de Da gibt es auch ein paar Strategie-Videos auf der Startseite, die nichts kosten. Nochmal zur genaueren Erläuterung und ich wünsche euch zuerst mal einen schönen Abend und natürlich auch einen schönen Tag oder welche Uhrzeit auch bei euch immer ist, wenn ihr die Aufzählung anseht. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.